Willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, das mich wirklich über Jahre beschäftigt hat, nämlich wie kann man seine Grenzen sprengen? Es ist halt so, ich habe das schon im ersten Video erzählt, wie es bei mir war und das ist eigentlich ein bestes Beispiel, besser geht es nicht. Also bei mir war es halt so, ich war jahrelang in einer Ehe mehr oder weniger gefangen, die mich überhaupt nicht befriedigt hat. Wir haben uns komplett auseinandergelebt, jeder hat mehr oder weniger sein eigenes Ding gemacht. Mein Mann war halt ganz viel vorm Computer gesessen und wir haben auch ständig ums Geld gestritten. Die Kinder habe ich mehr oder weniger fast alleine erzogen, ich habe mich um den Haushalt gekümmert, ihnen hat nie was interessiert. Also ich war wirklich zutiefst unglücklich und auch im zwischenmenschlichen Bereich war da kaum noch was. Also wir haben mehr oder weniger nur noch eine Zweckgemeinschaft gehabt und dass das so einen nicht befriedigt, das ist wohl auch klar. Also das war meine erste Baustelle. Die zweite Baustelle war, ich war krank. Ich hatte neun verschiedene Erkrankungen. Das fing an mit ganz normalen Allergien, dann Heuschnupfen, Diabetes, Rheuma, Morbus Bechterew, Augenkrankheiten und Arthrose, also wirklich alles, fast alles, was man sich vorstellen konnte. Die damalige Situation war so, dass ich mich schon spritzen musste, also es war wirklich schlimm. Ich habe auch einen Schwerbehindertenausweis von Status 50, also es war nicht mal einfach so eine Erkrankung, weil es war wirklich schwerwiegend und ich konnte auch nicht arbeiten, weil ich ständig müde war. Diese Nebenwirkungen haben mich fertig gemacht. Ich war ständig müde, hatte Migräne und ja, ich war halt nicht leistungsfähig. Dann das dritte, ich war fett. Einfach fett. Ich hatte im Höchstgewicht 105 Kilo. 105 Kilo war teilweise wirklich auch durch zu viel Essen, zu fettes Essen und durch die Medikamente. So habe ich mir das so vorgestellt. Also, ich habe mich immer selbst bemitleidet. Ich habe mich als komplettes Opfer gesehen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, das ist jetzt dein Schicksal. Das musst du jetzt so hinnehmen bis Ende deines Lebens. Und ich wurde immer unglücklicher. Ich habe oft im Stillen geheult, im stillen Kämmerlein, weil ich mich einfach nicht damit abfinden konnte. Wusste aber auch nicht, wie man sich da wieder raus manövrieren kann aus dieser Situation. Und ich war wie in einem Hamsterrad gefangen. Tag ein, Tag aus, immer das Gleiche. Mich hat alles genervt. Die Kinder haben genervt. Mein Mann hat genervt. Ich habe mich wahrscheinlich selber am meisten genervt. Und das war natürlich kein Dauerzustand. Aber ich konnte meine Grenzen sprengen. Und wie ich das gemacht habe, erzähle ich jetzt, weil ich denke, da kann man viel draus lernen. Und vielleicht könnt ihr da auch einiges für euch draus mitnehmen. Also, das Allerwichtigste ist, du musst unzufrieden sein. Wenn du irgendwas hast, was in deinem Leben schief läuft, sagt man sich oft, naja, so schlimm ist das ja nicht. Oder wenn du es dir jemandem erzählst, sagt derjenige oft, naja, es gibt doch Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres als Dicksein, es gibt andere Leute, die sind noch viel dicker als du. Oder sei doch froh, dass du keinen Krebs hast wie deine Mutter, die war noch viel schlechter dran als du. Natürlich ist es so. Aber mein Leben, ich habe mich unglücklich gefühlt. Was die anderen sagen, das war mir dann relativ egal. Ich war doch die Betroffene und ich wollte dann irgendwann was ändern. Aber wie gesagt, unzufrieden sein, du musst massiv unzufrieden sein. Also richtig so, dass du es kaum mehr aushältst. Du musst dir wirklich sagen, was für eine Scheiße, so geht es doch nicht mehr weiter. Ich muss was ändern. Weil sonst ist dein Leben schneller vorbei, als du denkst. Also ich meine, irgendwann, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ich bin jetzt 53 und ich habe relativ spät, erst mit 50 Jahren bin ich aufgewacht. Ich habe so viel Lebenszeit vergeudet. Das ist nicht mehr normal. Also eigentlich war ich ja komplett bescheuert. Also wenn ich jetzt zurückdenke, könnte ich mir bloß noch die Haare raufen, wie dumm, dass ich war. Also du musst komplett unzufrieden sein. Weil sonst führt da kein Weg raus. Und dann musst du dir ein Ziel setzen. Das heißt, wenn du unglücklich bist mit deinem Partner, dann hol dir Hilfe. Lest irgendwelche Ratgeber, geh zur Beratungsstellen. Oder im Notfall, wenn es gar nicht mehr geht, dann musst du dich einfach trennen. Weil so ist das der bessere Weg. Ich habe auch gedacht, ich kann mich nicht trennen. Es sind ja die Kinder da, die ihren Papa brauchen. Oder wir haben das Haus. Was sollen wir denn? Ich wollte den Kindern das Elternhaus erhalten. Außerdem wollte ich eigentlich nicht weg aus dieser Gegend. Also ich habe da schon immer gewohnt und ich habe mich eigentlich wohl gefühlt. Aber es ging einfach nicht mehr. Also ich war dann richtig unzufrieden. Zweitens, mit meiner Erkrankung. Es war so scheiße. Es war zum Schluss noch so schlimm, dass mir kein Medikament, keine Spritzen mehr geholfen haben. Meine Erkrankung ist immer weiter fortgeschritten. Und dann war ich eines Tages wieder in der Klinik, weil da musste ich sowieso alle Vierteljahre rein, wegen Kontrolle. Dann haben die mir gesagt, ja Frau Schlegel, Sie brauchen jetzt noch ein zusätzliches Medikament. Also ich habe sowieso so 10 oder 12 Medikamente nehmen müssen, weil das hilft. Nur in Verbindung mit dem ganzen anderen Zeug wird es auf Dauer ihre Schmerzen lindern. Das Problem ist, es verkürzt die Lebenserwartung drastisch. Und da habe ich mir gedacht, ja will ich das? Nee. Also irgendwie. Und das war für mich so ein Cut, wo ich gesagt habe, so. Und bis hierhin und nicht weiter. Ich kann nicht mehr. Im Privaten war es genauso. Es gab eine Situation bei uns zu Hause, da, also ich habe immer viel geschluckt. Ich habe alles angenommen, was mir gesagt wurde. Und habe immer zwar gemeckert, war unzufrieden, aber es hat noch so viel gefehlt. Nur das Zipfelchen auf dem i. Und es war eine Situation, das war eines Morgens, es war unter der Woche, die Große war schon aus dem Haus. Und mein Mann hat plötzlich in der Küche rumgebrüllt. Ich war im Bad, habe mich gerade fertig gemacht. Die Tochter war schon beim Frühstück und mein Mann hat in der Küche gebrüllt. Dann bin ich runter, weil ich habe gehört, dass die Kleine so abweint. Und da habe ich gesagt, was ist denn da los? Ja, schau mal den Saustall an. Die haben gestern Abend noch gekocht und haben nicht aufgeräumt. Das lasse ich mir nicht mehr gefallen, wie es hier aussieht. Es ist ja ganz schrecklich. Diese Schlampen können nicht aufräumen. Es ist ja widerlich, wie es hier aussieht. Und er hat die Tochter so fertig gemacht, dass sie ihr Frühstück wieder erbrochen hat. Das muss man sich mal vorstellen, wie man ein Kind, was heißt Kind, 14 war sie, so fertig machen kann. Und sie dann, er musste dann Gott sei Dank zur Arbeit, aber die war so zittrig. Mama, Mama, der Papa hätte mich fast gehauen. Mama, Mama, ich bin total durcheinander. Und die hat so geweint. Die war dann, die ist in ihr Bett gegangen, hat geheult. Ich konnte sie nicht beruhigen. Wirklich nicht. Sie konnte an dem Tag, sie hat sich noch ein paar Mal übergeben, die hat das so mitgenommen, dass sie nicht zur Schule gehen konnte. Und das war ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, so und jetzt reicht es. Ich muss mich trennen. Ich muss mich trennen. Weil sonst geht hier alles kaputt. Die Kinder werden psychisch krank. Ich selber packe es nicht mehr. Und ab dem Tag habe ich dann geplant. Das ist nämlich der zweite Punkt. Du musst erst unzufrieden werden, aber so richtig. Und dann musst du dein Leben neu planen. Das heißt, ich habe mir dann im Internet Wohnungen angeguckt. Also über diese ganzen Makler. Ich habe mir in der Zeitung geguckt. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, am Abend so. Und das war jetzt das. Und ich kann nicht mehr. Und er soll schauen, dass er praktisch eine eigene Wohnung findet. Ich werde das auch tun. Und weil ich ja schon öfters über Trennung mit ihm gesprochen habe. Aber irgendwie haben wir gesagt, das geht einfach nicht wegen dem Haus. Aber diesmal habe ich gesagt, ich muss eine Lösung finden, schon um der Kinderwillen. Um die Gesundheit der Kinder. So, also du hast praktisch eine Ausgangssituation, die möglichst beschissen ist. Und du hast einen Weg. Und der Weg ist oft wirklich steinig und schwer. Das heißt, du musst gucken, dass du den Weg trotzdem gehst. Weil wenn du es nicht schaffst, wirst du immer wieder in deinem Hamsterrad sein. Immer wieder. Und du kannst deine Grenzen nicht sprengen. Aber wenn du sagst, so, ich muss jetzt verschiedene Schritte unternehmen. Ich will gesund werden. Ich will endlich abnehmen. Ich will mich trennen. Oder ich weiß ja nicht, was bei euch so der Fall ist. Oder ich will den Job wechseln. Oder ich will endlich dieses oder jenes machen. Also zuerst unzufrieden sein. Sonst wirst du dein Ziel nie erreichen. Das ist natürlich eine Anstrengung. Du musst dich motivieren. Dich vielleicht sogar zwingen. Aber wir werden doch nicht jünger. Also, erstens. Ich war wütend auf mich, weil ich fett war. Ich konnte nur in der XXL-Abteilung bei C&A noch irgendwelche Klamotten finden. Die waren zwar nicht schick, aber es hat irgendwie wenigstens gepasst. Mein Ziel war, in Zukunft in anderen Läden einzukaufen zu können. Hochwertigere Sachen. Schickere Sachen einfach. Ich hatte die unglückliche Ehe dabei. Ich wollte Liebe, Anerkennung. Eine richtige Partnerschaft haben. Respekt vor dem anderen. Das habe ich nicht gehabt. Ich war krank. Ich wollte aber gesund werden. Also habe ich endlich nach Lösungen gesucht. Wie man praktisch ohne Medikamente gesund werden kann. Und sowas geht. Das werde ich euch auch noch in den nächsten Videos alles zeigen. Also das waren praktisch meine drei Hauptmotivationsgründe, um mir überhaupt ein Ziel zu setzen. Was sind denn deine? Vielleicht kannst du mir das in die Kommentare schreiben, was dich so bewegt. Wo du vielleicht was ändern willst in deinem Leben. Ich habe das ganze Leben nur geträumt. Von einem besseren Leben. Von Gesundheit. Von Liebe, Anerkennung, Respekt. Von Schlanksein. Aber nichts wurde besser, wenn man nur träumt. Es gibt auch den coolen Spruch. Oder den schönen Spruch. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Sei kein Opfer. Sprenge deine Grenzen. Setz dir Ziele. Sonst kommst du nie aus dieser Situation raus. Und wie man praktisch sich richtig Ziele setzt, damit sie auch erreicht werden können, das zeige ich euch im nächsten Video. So, und wenn euch das jetzt gefallen hat, was ich alles erzählt habe, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch was. Tschüss.